Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zurück aus Lucien Live. Heute gibt es wieder Among Us. Wie jeden Freitag ein paar knackige Imposter-Runden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir werden den Kommentar nicht vergessen, wie ihr habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Support. Lasst Liebe da. Kanal abonnieren. Viel Spaß mit dem Video. Wir krachen jetzt rein. Let's get it. Ach so, scheiße. Ich tappe hier. Das kracht komplett. Passt? Nee, das passt nicht. Wie das hier. Phoebe, Honeypoo. Das kracht. Koba, was willst du machen hier? Das kracht so sehr. Das ist das Geist krank. Buddy, oben links Cafeteria und das war rot, also Chef. Ganz kurz, mein Cursor geht immer aus dem Bildschirm raus. Können wir jemand helfen da? Also ich habe irgendwie keinen Vollscreen. Drück mal J. Was für ein J? Ach gut. Drück mal J und ändere deinen Namen. Scheiß drauf. Cafeteria? Ja, oben links Cafeteria. Ich habe bei dem Admin-Ding gesehen, dass welche von Storage zu Cafeteria gegangen sind. So öfters hin. Willi ist mir entgegen gelaufen. Moos mir entgegen gelaufen. Nee, in der Nähe von der Aufgabe. Also der ist gerade von der Aufgabe wieder weggegangen oder war auf dem Weg dahin. Ich habe glaube ich vielleicht einen Call. O2 angegangen ist. Eldos mit mir runtergelaufen. Eldos ist danach abgezogen. Mit zusammen mit Chef. Ja, das ist doch der Call. Das ist doch ein guter Call. Das ist ein guter Call. Das ist ein guter Call. Das ist ein sehr guter Call, aber auf dem Schirm haben. Das heißt... Also Eldos auf dem Schirm? Ja, das ist ja einfach nicht so gut. Noo, ist gut. Ist das? Ist das? Ist das? Ich wusste, es muss sein, Shit. Das war die Malm Pro Hotchip Jelly. Das muss ein Safe Report sein. Tür ist zugegangen, electrical. Und genau am Anfang bei der Tür. Also da ist Safe gewandet rum. Bitte ganz kurz. Ich kann Sachen ausschließen. Das ist jetzt ganz simpel. Phoebe war mit mir. Kuba war bei mir. Isa war an den Camps. Mo habe ich gesehen. Jetzt ist die Frage, was der Lacher macht und Eldos. Ich bin Kaviterierer oben, auch Gott, den Müll. Warte mal, bitte. Wo sind ihr noch mal gekommen? Von Kaviterierer zu Red Bay. Da habe ich aber keinen Danny gesehen. Ich bin oben rechts. Oben rechts. Habt ihr da oben den Enkel gehabt, darauf? Ich bin oben rechts. Ich habe oben rechts sofort gesagt. What the fuck? Bitte, wenn ich groß bin. Ich habe sofort oben rechts gesagt. Wenn ich trocken bin, Danny auf dem Schirm. Hört mir denn keiner zu? Oh, ist das bad. Ach du Scheiße. Gut, shit. Wir haben eigentlich Zeit. Was hat er gesagt? Wen wir noch im Schirm haben? Eldos und? Mo? Es müssen halt Mo und den. Ach du. Oder dein Ernst? Oh mein Gott. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Phoebe, das ist frischer Kill, oder Isa, glaubst du? Ich war auf jeden Fall, ging der Alarm bei beiden Dingern an. Ich habe unten alleine gemacht. Ey, Doss, ich weiß, wer es ist. Okay, ich sag. Ich weiß, wer es ist. Es ist Kuba. Ich war die ganze Zeit an den Camps. Gestartet ist Phoebe nämlich von Reactor. Ist dann runtergegangen. Und nachdem sie runtergegangen ist von Reactor, was ich bei den Camps ja beobachtet habe, ist sie gestorben. Wen ich zusammen gesehen habe, ist Mo Auber. Eldos ist zu Admin gegangen. Mo war in der Richtung. Und Isa und Danny waren zusammen. Okay, hat mich eine gesehen? Hab ich eine gesehen? Ich war Communication. Ich war Admin. Kann nicht rein. Also ich war Communication, keine Ahnung. Also, das klingt schon, das klingt super gut. Das klingt super gut. Das macht keinen Sinn, weil ich ab dem Bereich Shields bis Electrical unten hat man keinen Einblick. Und Kuba ist aus dem Fenster verschwunden. Also das heißt, wo er nach unten gegangen ist. Den Rest habe ich doch alles gesehen. Wir wählen Kuba, wir wählen Kuba, wir wählen Kuba. Lass Kuba daushagen. Digga, das ist so quatschig. Okay. Okay, alles, was ich raus bin, bitte habt Willi und Eldos. Ich bin auch noch schlecht. Weil Willi wählt dich doch raus. Ja, ja, hat sich gerade verraten. Digger, Kuba, Schere hoch, du mockst. Also, Digger, ist eher schlecht. Warum muss die erste Rolle so sein, dass das nicht so... Das ist nicht zu gewünscht. Ach, Eldos hat's Maul. Ich schaff's nicht. Das ist fast nicht machbar, Digga. Wir wissen es halt über O2 vielleicht. Wir wissen es über O2 vielleicht mit Timer. Glaube ich, beste Windcondition hier. Schnell killen. Ich wollte auch eben überlegt so. Zu killen, dann die Schuhe schieben. Puff, peng. Ach, der andere ist schon, der andere ist schon. Ja, das Ding ist so durch, Chat. Ich kann nix tun, Digga. Das ist so krank. Ach, komm's. Ja, ja, komm's. Guter Call. Digga, ich weiß nicht, wie komm's geht, ne? Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich fake's nicht mal. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und Isa gesagt hat's auch. Ah, okay. Amst du, oder? Ja, amst du. Ich muss jetzt hier die wegmachen. Bester Move hier. Zack. Ich hoffe, jetzt hat Kuba mal rückt ein bisschen. Das ist Giga-Lost-Shit. Das ist so verloren, Digga. Crazy. Ja, das Ding ist hoher. Oh, es muss Danny sein, Bruder. Raus mit ihm. Ja, es muss Danny sein. Warum denn? Danny, du bist einfach nicht gut, Bruder. Ja, wird mich raus, Digga. Ist okay. Fucking Buch, ey. Fucking Kuba, ne? Du bist ja so scheiße, Digga. Was ist das für ein Kill gewesen? Kuba. Kuba. Kuba, willst du gar diesen Kill rechtfertigen? Also so schlecht, Kuba, ne? Nein, dein Kind war auch scheiße, der erste. Mein erster, hä? Hä, mein erster war völlig fein, Digga. Bist du dämlich? Scheiße, irgendwas war da. Digga, ist... Also... Kannst du mir die Farbe weiß bitte lassen? Dass Eldos sagt, ich bin nicht gut, Digga, ist auch die respektlose Ausladung des Jahres. Sehr gut, sehr gut, Eldos. Danny, du bist nicht gut genug. Sehr gut, Eldos, sehr gut. Eldos, also bitte mal, bitte mal die Clowns noch da aufsetzen. Bei, bei, äh, äh, Dings Engine da unten links war so ein Goodkill. Das war so respektlos. Eldos wird beschuldigt, erste Runde. Er sagt einfach nichts. Er sagt nichts. Hey, weißt du, weil... Er sagt, man kann Eldos hier in Map-Eventen. Ich habe in mich belief, dass ich das noch schaffe. Back-to-back-Imposter-Chill ist geil so vom Ding her, aber Problem ist, mit Phoebe, Digga. Das ist halt wert, Scheiße, Bro. Das ist halt wertig. Das ist halt verwirrtet. Das ist halt verwirrtet. Liegt hier schnell mal... Nein, hau ab. Ja, Willi muss sofort weg, Chat. Willi ist mir auch schon der Beste hier. Willi ist mir auch schon der Beste hier. Okay. Wenn er nachher fragt, warum hast du Download abgebrochen? Also kurz, wegen, äh, Reactor. Okay. Ja, ich fühle mich heute nicht irgendwie in der Lage, gut zu spielen, Chat. Vielleicht, vielleicht ein Play. Vielleicht habe ich ein dickes Play. Willi da unten eingesperrt. Es geht in den Event. Frisch! Frisch! Wo seid ihr? Boah, boah, weißt du, was der frisch ist? Wo seid ihr? Cafeteria reingelaufen gerade. Oben, Upper Engine in die Richtung. Ich bin Security und ich kann sagen, dass Jello gerade hoch, äh, Cafeteria läuft von Admin und links, äh, runter Richtung Starge steht gerade Mau. Okay, pass auf, die, äh, Leiche liegt ein Electrical auf dem Vent, das ist Willi. Kurz bevor ich reingehen wollte, ist die Tür direkt zugegangen. Hm. Wo, Tür zugegangen? Bei Electrical? Ja. Okay. Okay, guter Call. Das ist guter Nass. Dann habe ich hier, dann habe ich hier, dann klinge ich mich mal ein, bevor ich gleich wieder gekillt werde. Also, diesen Call haben nicht gemacht. Bura, ich, Chef Strobel, obwohl ich Chef Strobel weiß ich nicht, hab die Chef Strobel gesehen? Ich kann, ich kann dir gerade sagen, wo ihr steht, weil ich gerade in Camps drin bin. Ach, ja, ne, dann wollte ich, wollte ich gerade sagen, dafür bin ich sass, aber ich kann nicht nur sagen, wo du stehst. Oh, okay. Okay, also Chef ist wieder drinne. Also, Mo, Ura, Isa und ich haben diesen Call nicht gemacht. Macht was mit der Aussage. Ich, ich habe eben noch Mo gesehen, der mir entgegengekommen ist von, von Admin. Er ist runtergelaufen, Storage, ich bin hochgelaufen, um in Richtung Dings. Ich bin gerade O2. O2. Ich kam Electrical mit Chef Strobel gerade. Aber ich habe ihn auch nicht gesehen, er war da unten. Was, du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen, Electrical gegangen, weil ich kam ein bisschen later von Storage rein. Dann habe ich ihn halt gesehen, aber ich weiß nicht, ob er drinne war. Hä? Er war doch an den Camps oder nicht. Er war doch an den Camps oder nicht, ob er gesagt hat. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, ich. Wo bist du jetzt genau? Jetzt, wo bist du? Ähm, weiß ich nicht. Hä? Er hat nie die Maps. Also, hast du ihn am Ende jetzt gesehen, Security oder nicht? Ich weiß nicht, wie alt er gelöst ist, ne? Frisch. F***, also. Nee, aber war wieder meine Runde eben, ne? War ich wieder scheiße eben. Nee, nee, ist wieder meine Runde. Scheiße. Was ist das für eine Aussage? Ist das, wenn du Crewman bist? Gut von mir, Chef. Ich würde doch bis Gott fliegen. Ja, ist korrekt, das ist aber auch zurecht. Weil du hast dir schon auch zu oft erlaubt. So, es muss noch Mohr weg, ganz, ganz wichtig. Okay, die muss aber auch weg. Was macht Flebi hier? Falschgeltiger. Ach, du Scheiße. Ich kenn das nicht, ne? Ich hab den Vent nur zugehend gesehen. Ähm, die Leiche ist electrical. Äh, das muss aber auch recht frisch sein, eigentlich. Ja, ja, ja. Er ist grad rausgesprungen. Ja, ja, ja. Also entweder Security, äh, entweder Medbay oder halt noch im Vent. Medbay ist nicht, weil ich bin genau vor den Camps da. Also ich hätt... Ja, ey, das ist nicht, ey, das ist nicht for security. Ja, wir hätten ihn gesehen. Was, wenn der Medbay rauswendet? Ich hab noch den Vent aufspringen sehen. Ich hab den Vent aufspringen sehen. Wo kann safe nicht sein? Wo war die ganze Zeit admin gerade mit mir und gerade in der Wyatt House. Okay, Isa war es auch nicht, Isa war es auch nicht. Also pass auf, ich hab bei Admin, hab ich gesehen, dass jemand von Cafeteria nach Lower Engine gewendet ist. Geht das überhaupt? Wisst du was, bist du für eine Spielerin geworden? Bist du auf einmal die beste Spieler in der Welt, oder was? Ich sag mal, ich kann das Quatschkorn abnehmen. Nein, warte mal. Geht das? Was? 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 Irgendjemand ist auf jeden Fall gewendet, weil auf einmal ist so ein Charakter voll weit gesprungen. Bura und Mo sind raus, Isa und ich sind raus. Äh, ich möchte jetzt von... Du, Chef Strobel und Eldos seid ihr zusammen. Ja, aber ähnlich oder ähnlich... Könnt ihr euch komplett saveen? Links bei Blub, Blub, Task oder vor... Mann. Digga, bitte Eldos. Phoebe, Chef, Eldos. Einer von euch ist es. Und Chef? Nein, Elin. Nein, Elin. Nein, Elin. Dann ist Phoebe, dann ist Phoebe. Ich komm von oben ab der Händchen runter. Ich war unten ganze Zeit Kommunikation, hab's nicht mal irgendwas mitbekommen. Ich hab Phoebe sogar hinlaufen sehen zu den Kommunikations von Storage. Also sie ist rechts abgebogen, ich lauf links Richtung Electric Kill und sie... Ja, da war die Leiche dann, ne? Ich würde Phoebe dafür rausnehmen, für den Kill. Das labert. Würde Phoebe rausnehmen? Ja, ja, würde ich rausnehmen. Digga, so viel gelabert. Ja, ich muss sie halt... Nein, weil sie war am Ende noch übrig, Digga. Ich musste was tun. Ich muss sie halt schwitzen, weil sie scheiße ist. So, Elin muss weg. Ach, ein bisschen zu viele weg. Chef muss weg, Elin muss weg, Mo muss weg. Okay. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ich will vielleicht ein Spicy Play Chat. Könnte aber auch mocken. Könnte jetzt ein Wild Play sein. Na gut, dann nehm ich dich halt mit, ey. Dann nehm ich dich, Bruder. Ach, ne, doch nicht, hallo. Wo? In Cafeteria. Und das Ding ist, ähm, Mo, du warst auch grad noch Admin, ne? Ja, ich bin Elektrikspiel jetzt. Ja, ähm, Hannipo kam aus Cafeteria raus und ne, ja, da wollte ich grad rein und sind die Türen vor mir zugegangen. Nein, nein, nein. Bevor du rein wolltest, bevor du rein wolltest? Ich bin grad Admin, wie gesagt, ähm, wollte ich grad aus dem Cafeteria hochlaufen und Hannipo kam halt da raus, also bei Admin raus und die Türen gingen halt vor mir zu direkt. Ja, aber da war auf jeden Fall noch keine Leiche drin. Ich bin nämlich die ganze Zeit oben. Die Leiche liegt rechts unten, also wenn du von Cafeteria hochlaufen, äh, von Admin hochlaufen. Die kam auf jeden Fall von Weapons. Die kam auf jeden Fall von oben rechts. Ja, da kam ich aber nicht, weil ich kam von oben links. Was? Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Ich bin von, an die Tür zu war und die Türen zu war und die Türen zu war und die Türen zu war. Hä? Nein, Hannipo, ich kam von oben links, Cafeteria und dann runter Edmin. Wie bist du da hingekommen? Also bei, ich habe eine Frage, Hannipo, als die Türen zu war, bist du von oben links gekommen? Nein, nachdem ich rausgekommen bin, ist die Türen zugegangen. Beide sagen gar, dass es nicht stimmt. Mo und Chef. Ich habe, also Isa war auf jeden Fall rechts zur Seite. Ich habe die unten gesehen, die ist richtig schon schief. Das macht doch keinen Sinn, äh, äh, guck mal. Lass nur Chef reden, bitte. Ich war links, ich war links, ich war links Security, der war auch Eli mit mir. Eli geht mit mir Upper Engine lang, ich laufe Richtung Cafeteria, wir waren da vor Mad Bay, Tür geht zu, Eli läuft durch und ist danach tot in Cafeteria. Ich war links, als die Tür zu war. Wo ist auch noch, dann wo ist Phoebe? Ich war bei Security, also von Upper Engine in Richtung Security. Wir müssen Isa weg, ne? Nein. Also seid ihr euch beide sicher? Nein, nein, nein. Oh Chef? Das klingt schon und das stimmst schon sehr safe. Oh, bist du dumm? Hör auf deine scheiß Clowns Nase an, ich hab nicht von Recht. Wir müssen warten, komm rauf da, rauf da, müssen warten, rauf da, wir müssen warten, voten, oh nein, oh Gott, so dumm. Du lügst einfach zu schlecht schauen, mit dem dich beide entlarvt, außer die Beine und die Counts Nase auf, dann drehen sie uns gerade, dann drehen sie uns. Was brauchen wir, Chit? Ein Kill, achso. Ein Kill, gut. Ein Kill, auf du Scheiße, es kracht komplett rein. Ich suche jemanden, auf du Scheiße, es kracht. Achso, okay. Ich melde an, ich melde an. Das ist so fucking obvious. Phoebe, wir sehen's einfach. Phoebe, ich hab dich so gut gedeckt da unten, das war so schön, ne? Let's get it! Sonne, Sonne, Sonne! Ey, du, es war wieder Scheiße, ne? Wer doof, fünf Subs von dir. Sehr geil, Danny. Ja, war... Danny, du hast Glück, dass ihr mich als erstes gekillt habt. Äh, nee, nein, das war geplant. Ich wusste, ich muss die wegmachen. Danny Masterclass war banger Gameplay von mir. Aber das Ding ist, warum kann ich da jetzt auf einmal diesen Reaktor nicht anmachen und so? Wegen meinem Kill-Cooldown aus? Digga, das raffe ich halt noch nicht so. Das ist so komisch. So, aber sonst hab ich echt einen aufgespielt. Sonst war echt, sonst war Premium. Bis zum Ende war... Aber sie muss doch nur einen Kill machen, so. Gut vorbereitet, Chit. Gut vorbereitet. Und jetzt seid ihr ruhig. Outro Mongol Hashtag Pi Wie Bis zum nächsten Mal.